Die Herzheilerin und andere Grausamkeiten. Ein Thriller von J. G. H. Hauptmann, gelesen vom Autor. Prolog. Ganesha. Blumengruß nach Indien. Lieber Guru Zodiakos, jetzt haben wir Juli, ich bin in der 33. Woche. Letzten Winter in Ureville schenkte uns der Taxifahrer ein Heiligenbildchen. Als wir in Urumis Waldholzchen in der Oberlausis die Reisetaschen auspackten, schaute ich es mir genauer an. Diese komischen Inder verehren pummelige Infanten mit vier Armen und Schwabbelbauch. Ich fand das so witzig, dass ich ihm Zigarette und Schnapsflaschen verpasst habe und schminke wie ein Sissy-Boy, transgendermäßig. Und jetzt voll schwanger mit dicken Bauch erfahre ich von einem grausamen Kindsmord. Die Muttergöttin Pavati fühlte sich einsam, sagt die Hindu-Mythologie. Shiva, ihr Göttergatte, hatte sich in tiefe Meditation versenkt. Ein Asket, kein guter Liebhaber. So formte sie sich aus eigenem Blut, abgeriebenen Körperschweiß, Dreck und Schweiß, vermischt mit Salben, Ölen und dem Wasser des Ganges, ein Kind. Er weckte es mit Mantra-Gesang zum Leben. Zum Elefantenkopf kam Gamnesha durch Shiva's Zorn. Als der Allmächtige Gott nach Hause kam und den Fremden sah, zückte er sein Schwert und schlug in dem Kopf ab. Ein fürchterliches Missverständnis. Pavati war außer sich. Der Herr des Alls, König des Tanzes, Glücksverheißer und Zerstörer in Personalunion, musste improvisieren. Er schwor das Haupt des ersten Lebewesens, das ihm über den Weg laufen würde, als Ersatz teilzunehmen. Und das war ein Elefant. Ob Pavati über die Klempnerarbeit ihres Göttergatten begeistert, war es nicht überliefert. Zumindest adaptierte Shiva, den derart wiederbelebten Ganesha, an Sohnes Stadt. Der Hausfrieden war wiederhergestellt. Schräge Geschichte. Komisch, komisch. Ich kann nur hoffen, dass Max, mein Lover, unserem Kind den Kopf dran lässt, wenn es das Licht bei Welt erblickt. Kannst du rechnen, Olegur Sodiakus im fernen Indien? Mitte Dezember im fernen Rothenburg in der Polizeiakademie in seiner Studentenbude, da hat es geknallt. Volltreffer. Neun Monate dazu gezählt und du weißt, wann es soweit ist. Mit weiteren Blumengrüßen an die Palmblatt-Bibliothek in Banglaore werde ich dich auf dem Laufen halten. Ich hoffe, du kannst meine Handschrift entziffern. Übermittlung wie der Blitz. Total geheime Geheimbotschaft. Perfekte Technik. Auf meinem eigenen Mist gewachsen. Weder CIA noch FBI werden dahinter kommen. Europol sowieso nicht. Max, mein süßer Lover, hat auch keine Ahnung. Besser so. Sicher ist sicher. Für den Fall, dass seine Vaterfreundinnen in Wut umschlagen und er zum Kindsmörder wird. Ich muss Schluss machen, Palmblatt-Guru. Die Reise beginnt. Efi.